Untertitelung des ZDF, 2020 Ein erbitterter Kämpfer gegen alle Regeln des Systems Ein einsamer Rächer auf der Suche nach Gerechtigkeit Und schnelle Fäuste Neu auf Video Fünf actiongeladene Filme Fünf gnadenlose Einzelgänger Mel Gibson und Superlady Tina Turner In dem absoluten Höhepunkt der Mad Max Trilogie Mad Max, jenseits der Donnerkuppel Ich will nur mein Eigentum wieder Der Kerl wird darüber bestimmt nicht sehr glücklich sein Bestimmt nicht Bist du so gut? Mhm 800.000 Zuschauer zog er bereits in die deutschen Kinos Spitzenplatzierung auch in den Top Ten der internationalen Kino-Hipparaden Jetzt auf Video Ein eisenharter Kämpfer in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist Wären wir für ein paar Du lausiger Penner Und seine eiskalte Gegenspielerin Jim Calhoun ist der Mann, der von nichts halt macht Runde irrt auf der Suche nach seiner Schwester Wo ist meine Schwester? Wo ist meine Schwester? Warum lassen Sie sie nicht einfach da, wo sie ist? Vielleicht gefällt ihr da Ihm kommt so mancher in die Quere Doch nur wenige mit heiler Haut davon Keiner kann ihn aufhalten Die Polizei versagt Doch Jim Calhoun räumt auf in der Unterwelt von Los Angeles Ich bin hierher gekommen, um meine Schwester zu suchen Und Sie werden sie für mich finden Hier ist eine Adresse, bei der Sie sie abliefern können Es werden keine Fragen gestellt Ich lasse Ihnen zwei Stunden Zeit Du Midecherdammte Sein Plan steht fest Mein Junge ist tot und ich will wissen warum Er musste die Wahrheit herauskriegen Sie sagten, es war ein Unfall Er aber wusste, es war Mord Skrupellos verfolgte die Spur der Verantwortlichen Ihm blieb nicht viel Zeit, um abzurechnen Ich will ihn doch nur sehen, begreifen Sie nicht Nur mal ansehen will ich ihn Sein Plan hieß Rache Gnadenlos beginnt er seinen Kriegszug in die USA Und wird zum erbitterten Einzelkämpfer Die Bande des gelben Drachen Gewalt heißt ihr Gesetz Waffenschmuggel ist ihr Geschäft Chun nimmt den Kampf gegen die Gangster auf Gnadenlos kämpfen die Kung-Fu-Meister bis ans Ende ihrer Kräfte Ein atemberaubender Streifen aus den Hollywood Studios der legendären Shaw Brothers Technisch brillant, voller Spannung und hitziger Duell Warner Home Video im März Mit Spitzentiteln, die wie Bomben einschlagen Gnadenlose Einzelgänger auf ihrer Jagd nach Gerechtigkeit In einer Welt, in der die Gesetze versagen Denn Männer, denen niemand hilft, kennen keine Grenzen Sie helfen sich selbst Gnadenlose Einzelgänger In einer Atmosphäre von Korruption und Prostitution Ist ein Bulle auf der Suche nach der Wahrheit Tut mir leid Robert De Niro und Robert Duval Ein ungleiches Brüderpaar in dem spektakulären Film Fesseln der Macht Ich Hat mal für sie gearbeitet Ach ja, wann war das? Als sie Hurenlaufen hatten, hab ich für sie kassiert Im Wildscher war der Sitte Ich hab die Kollegen bestochen, dass sie Brenda in Ruhe lassen Detective Spellacy ist ein grausames Verbrechen In das die Mächtigen der Stadt verwickelt sind Doch die fühlen sich sehr sicher Er will das Rätsel lösen Wie lange ist sie wohl tot? Zehn Oder zwölf Stunden vielleicht Doch wo es um Macht und Geld geht Hat die Gerechtigkeit zwei Seiten Wenn ich nicht mit dir reden kann, dann mit niemandem Okay Robert De Niro und Robert Duval Zwei Top-Akteure und Oscar-Preisträger in einer Videopremiere voll innerer Spannung Der Herausforderer kommt direkt aus dem Wüstenland Er ist brutal, ein ganzer Kerl und verrückt Er ist der Mann Der Mann ohne Nach Mel Gibson ist ein einsamer Kämpfer in einer kaputten Welt Er könnte vielleicht der Richtige sein Aber er ist nur ein lausiger Penner Sie nennen ihn den Helden Bist du so gut? Gratuliere, du bist der Erste, der den Test übernimmt hat Das sind die Kinder, die ihn vergöttern Wir haben gewartet Worauf? Auf dich Er ist ihre einzige Hoffnung Er hilft uns, wir gehen heim In dieser Welt ist sie die einzige Macht Willkommen zu einem neuen Duell in der Donnerkopf Ein Mann geht heim Ein Mann geht heim Wir sind bereit, führ uns heim Was glaubt ihr, wer ich bin? Ich sag euch, dieser Mann hat das Gesetz gebrochen In drei Sekunden bricht er den Genick Das ist er! Alles an Bord! Bringt ihn mir wieder! Leben! Leben! Und für seine Entführer kein Mitleid! Hast du einen Plan? Ein Plan? Es gibt keinen Plan! Werden dich vernichten Die wird mit dir machen, was sie will Die Startbahn ist viel zu kurz Sie muss reichen Mel Gibson Tina Turner Wir sind schon ein tolles Paar Lausiger Penner Neu im März Gnadenlose Einzelgänger Jim Mitchum In Trackdown Spannung und Action Mit George C. Scott In die Rache ist mein Die schnellsten Fäuste In die Bande des gelben Drachen Robert De Niro Und Robert Duvall In der Videopremiere Fesseln der Macht Mel Gibson Und Superlady Tina Turner In Mad Max Jenseits der Donnerkoppel Wieder im Programm Wildstar Steve McQueen In Ich Tom Horn Und Robert Redford In Jeremiah Johnson Im Tipp des Monats Der Blade Runner Mit Harrison Ford Charles Bronson Auf heißer Spur In Tag der Abrechnung James Kahn In Rollerball Und zum Videostart Von Mad Max Jenseits der Donnerkuppel Mad Max 1 Und 2 Warner Home Video Im März Umsatzstarke Titel Gnadenlose Einzelgänger Gnadenlose Einzelgänger